Aufzugsimulator Okay, let's go, Leute Warum habe ich null besuchte Etagen? Echt? Ja Hey, wir müssen aber zusammengespielt haben Ja, klar Was sind das für Leute? Ach, das sind die, die gehören zu uns Okay Was? Unsere Etage? Hey, der hackt? Stop hacking me, Noob Ach, das ist schon eine Etage oder wie? Kann ich ja raus? Glaube Ja, ja, natürlich ist das eine Etage Nein, ich komme nicht raus Okay, der Typ ist irgendwie Das ist ein Ich bin irre, was ist mit seinem Gesicht? Hey, was ist mit seinem Gesicht? Der kann es nicht töten, ne? Ach ja, stimmt Guck mal sein Gesicht Haha Und was sind das hier für Leute? Muhahaha Äh, okay Der hat frei steht hier Das irritiert mich irgendwie ein bisschen Ich spreche zu meinen Hier ist eine Sonne, Alter Leute, lasst du mir die positive Bewertung Da würde ich mich sehr freuen Und schreibt eure Meinung zur Episode In die Kommentare Die erste Etage war ja War ja Ach, der ist hier immer noch drin Oh, vielleicht gehen die gleich oder so Hm Okay, 17, 16 Sekunden noch Dann sind wir schon bei der nächsten Etage Guck mal, was hier steht Deine Etagen Wo? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 Achso, ja, das habe ich doch schon gesehen Achso Ja Toontown Okay, nee, das ist Serverflow 242 Okay Na, das war 1, 2, 242 Mal sehen, was jetzt als nächstes kommt 0 Aha Wir können raus Ja, das ist ein bodenloses Loch Ja, das ist ein bodenloses Loch Wuuuuh Ja, haha Wui Hä? Ey Hä, sie hat wohl einen Boden Mann Einen unsichtbaren Boden Oh nein, jetzt sind wir hier gefangen Okay Okay, bisher gab es nichts, wo man gewinnen konnte Das waren mehr so allgemeine Sachen Hey, der Friend ist halt immer noch da Der rennt jetzt für immer hier rum Ja, ne? Oh, guck mal, ich kann hier hochklettern Das ist ja witzig Wo bist du? Hier Hier in der Ecke Äh, da bei den Etagen 2, 1, 0 Wuuuuh Was haben wir jetzt? Äh Was ist das? Null Hilfe Ich bin tot Warum liege ich? Ich werde zerquetscht Leute, ich lebe noch Ich werde aber auch gequetscht Hilfe Ah, wir sind lebendig im Sand begraben, glaube ich Soll das sein, am Strand Ah, okay Ich hänge fest, ich komme hier nicht raus Sind das die, äh, Legosteine? Ich bin Lehrer Wir haben ja Lehrer Nein, oder? Doch Duplo Das sind so dicke Legosteine Achso Das war Floor 204 Ne, das war Floor 1 Ne, hä? Doch, 244 Ich habe 21 schon gesehen Okay, die waren also alle jetzt sommermäßig Okay, wir schauen Hey, der Typ ist weg Anni, da ist er Ja, komm, ich hab sie mal Ist das eigentlich, das ist kein Spieler, ne? Ne, das ist ein, das ist ein Bot, glaube ich Der rennt einfach nur rum Okay Ja, das ist auch keine Etage Der ist einfach nur so, das ist zu verfahren, glaube ich Was haben wir jetzt, Leute? Vielleicht geht er auch gleich raus 40 Sekunden Jump'n'Run Jawohl, Leute Hä, wieso bist du so schnell? Hä, ich habe keinen Speed bekommen Nein Ah, jetzt habe ich auch Speed bekommen Ich wurde übelst beschissen, ey, Evo Ja gut, ich bin rund Okay Sonic Äh, ich habe auch nicht gewonnen Äh, ey, ey Mann, ich hätte gewonnen, ey Aber ich habe den Speed nicht bekommen Jetzt bin ich noch Zweiter geworden Oh, Mann Alter, die Musik Speed Run 4 Ich habe einen Punkt bekommen Yay, ich habe es auch geschafft Hast du gar nicht Ja, doch jetzt Hier, der Typ hat auch geschrieben Du bist ein Hacker Komm, nochmal Nochmal Okay, wir haben noch 5 Sekunden Schafft man das? Okay, ich habe direkt verschissen Hat keiner gesehen? Ich war Zweiter Ich habe gesagt, die eine ist ganz schön grau Ich glaube, der geht es nicht gut Die Sonne sieht echt komisch aus Sieht ein bisschen aus wie so Eigelb in der Ecke Ja, ist echt so Sie sind richtig komisch Oh nein, ich berühre die Sonne Meine Haare fackeln ab Die brennt schon, die sind rot Okay, was haben wir jetzt? Der Typ lacht hier aber auch nonstop Er wird die Zahl immer mehr? 3, 2, 1 Gehen wir immer weiter nach oben? Ich weiß nicht, 245 Müssen wir uns merken Was ist das für eine? Ich sehe nichts Weiß nicht, soll ich rein? Big Wig, man kommt nicht rein Man kommt nicht rein Was macht der? Der ist in einem Tresor von der Bank oder so Guck mal, das ist doch derselbe Typ hier Äh Warum kommt der näher? Weiß ich nicht Oh, der schießt auf uns Äh Tja, haha Hast du das gehört? Äh Ja Punkt bekommen So, jetzt 246 Lass mal gucken Ob wir weiter nach oben gehen Glaubt, das ist random Aber es kann auch sein, dass wir weiter nach oben gehen Wir bleiben einfach auf der gleichen Ja, ich glaube, das ändert sich glaube ich gleich erst Ja Vor allem die Typen, sind die nicht dafür da, dass sie uns beschützen? Weiß nicht Das scheint die nicht wirklich zu jucken Ja, ne? Und dass ich auf dem Kopf stehe auch nicht Oh, guck mal, das ist von Goku, Alter Oh 246 Ah Ja, 247 Eeeh Wie heißt das nochmal? Ah, das wird kränzen 249 Äh Das sind ganz Oh, ho, ho Ja Das sind ganz viele Nudes Oh, die Figuren werden rumgeschleudert Helva kann auch hier raus, oder wie? Ne Oh mein Gott, Alter Guck mal, die hängt da fest Ja, haha Jo, das sind richtig viele, ey Oh nein, ich hoffe, die gehen jetzt aber alle wieder raus Oh, das wäre lustig, wenn die bleiben Oh nein Die gehen bestimmt wieder Ich dachte, was? Hä? Es sind aber zwei geblieben Pfff Es wäre glaube ich immer mehr Okay, wir gehen wirklich immer nur eine Etage weiter nach oben Ja Alter, da müsste man ja übelst lang spielen, bis man auf die letzte kommt Ja Das heißt, die letzte hat wahrscheinlich noch keiner gesehen Wir sind jetzt nämlich gleich 250, Leute, müsst ihr drauf achten Alter, wir haben jemanden hier, der hat 123 Stages schon gemacht Ich habe auch schon 26 Ja Aber der hat die ja bestimmt nicht am Stück gemacht Ja, stimmt 250, genau Oh Oh Das ist Kirby Oh Oh Äh Der frisst uns Ich glaube, der hat einen Spieler gefressen, kann es sein Wir haben mehrere Spieler sogar Oh, oh Lass bitte hier in der Ecke bleiben Oh nein, oh nein, oh nein Hilfe Hey, das ist meine Ecke Such dir deine eigene Ecke Wir haben es überlegt Jawohl 27 Etagen erfolgreich überwältigt, Leute So muss das Und Evo hat gerade mal acht Ey, warum Okay, 251, mal schauen, was wir jetzt da, schauen, was wir jetzt da machen müssen Ich höre nochmal was, wo man was machen muss, ein Wettbewerb So wie das Parcours-Ding Wir schauen Oh, irgendeine Hackeretage Einmal, 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 eins Oh, guck mal, hat das Display an Stirb Oh, oh, der killt uns Was macht der? Oh mein Gott, Alter Äh Äh Hilfe Oh, oh Oh, oh Pfiuiuiuiuiuiuiuiui Alter, ist das knapp Das war aber ganz eng bewässlich Ich krieg keine Luft, Ben, Hilfe. Der Kürbiskopf war auch ganz schön gequetscht. Guck mal, der hängt jetzt schon in der Wand. Ja. Ist echt so, sein Arm hängt durch die Wand. Okay. Das war Etage 251. Es folgt Etage 252. 28, ey. Aber der hat 125, das ist schon heftig viel. Das ist übelst viel. Das ist halt fünfmal so viel wie ich. Ey, das ist aber auch einer mit 97, das ist auch schon ziemlich viel. Der hat gerade 100. Eine Kuh. Super Mario 64 steht da. Also ich kann mich nicht an die Kuh an. Oh Gott. Hey, wie sollst du überlebt? Ich stehe hier am Rand, habe es nicht abbekommen. Oh mein Gott. Oh Mann. Mich hat es erwischt. Hier liegen noch ein paar Teile von anderen Menschen. Hä, ich glaube wir sind jetzt... Oh, hi. Moinsen. Ja. Mich hat es erwischt, leider. Aber es hat jetzt die Etage einfach trotzdem gezählt. Ja. Ja, dann ist ja gut. Okay. Nächste Etage 253. Oh, es regnet Enten. Es regnet... Ich musste erst mal überlegen, was das ist. Es regnet Bratwürste. Oh mein Gott. Hau auf. Lecker. Aber man muss ja gar... Man muss ja keine fangen, ne? Oh doch, das sind so Spezielle. Ey. Weg, Ebro. Ja, ich habe einen. Mann, das habe ich gesehen. Wie sahst du mir die geklaut? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nein, ich will eine eigene. Was ich in der Hand habe. Ich will eine eigene. Uh, uh, uh. Hä, die sind voll selten. Guck mal, das gibt es gar keine mehr. Ja, ich habe den. Als ob du die bealten darfst. Ey, du hättest das gar nicht gesehen, du Blinde. Ja. Aber fairerweise muss man sagen, da ist auch nach einem anderen hingerannt. Also, hättest du sie nicht genommen, hätte der andere sie einfach bekommen. Oh, guck mal, der ist voll schön. Ich halte ihn jetzt die ganze Zeit so, damit du es siehst. Okay, 254. Mal schauen. Also, ist doch ein schönes Gebärd, die andere? Äh, weiß ich nicht. Keiner, zeigt sie nicht. Die weg, das war ein Mädchen, ne? Der flext nicht, so wie du. Oh, oh. Horror. Oh nein. Ey, wenn ich sterbe, verliere ich dann auch mein Endschirm? Ja, ja, ja. Oh, hier in der Ecke, das ist doch... Ist das ein Spieler? Hä? War der die ganze... Der hat keinen Namen über seinem Kopf. Ja, ja, deswegen. Doch, wenn man da rangeht schon. Nein, weiß ich nicht. Ach so. Hä, was war das für eine komische Etage? Äh. Ähm. Was... Ach, der schmeißt irgendwas rein, oder? Was passiert jetzt? Weiß es nicht. Was passiert? Wollt der Vulkan ausbrechen? Sag der, gib mir den Hotdog. Äh. Äh. Okay, der Vulkan hat ja jetzt mit dieser Story nicht sehr viel zu tun. Da ist ein Schild. Kann man das Schild lesen? Weiß ich nicht. Guck mal, hier liegt irgendwas. Ja, ja, ich sehe das auch. Oh nein, ich wollte da gerade hin. Ich hab's nicht geschafft, ey. Okay, der Vulkan hat da einfach keinerlei Bedeutung. Es war einfach nur... Der hat den TNT gegeben. Der Typ ist immer noch hier und schreit. Gib mir doch einfach den Hotdog. Ja, aber wir haben doch keinen Hotdog. Ja. Ach, das ist der von der Stage gerade. Ja, ja, genau, der Typ hier. Ah. Ne, mein guter. Crazy, bro. Ich hab nicht mal eine Ente, ey. Ja, ich hab nur eine Ente hier. Willst du die? Zwei, eins. Go. Was gibt's jetzt? Ne Küche. Ne, ein Bad. Äh. Erst mal kacken. Ein Future-Bad ist das. Eben mit einem Radio. Radio, Toilette. Ist das eine Zelle? Ist das eine... Ja, irgendwie so eine Eiskapsel. Die Toilette sieht echt ein bisschen komisch aus. Das ist echt so. Ich könnte mich da reinlegen. Für den besonders... Ist das ein Bett? Für den besonders großen Haufen ist die geeignet. Oh, Mann, ey. Okay. Nächste Etage, Leute. Let's go. Tacos. Oh, ich will den goldenen Taco. Ich will den goldenen Taco. Hör mal, kann die auch sammeln? Ja? Handy doch nicht. Ah, ne, die spawnen einfach wieder. Ja, ja, der ist in dem Moment ge- Oh, hier hinten, da hinten, da hinten, da, nein, 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 die macht da. Und der hat auch einen. Gibt es immer nur zwei? Ja, wahrscheinlich. Oh, Leute, wir haben verkackt. Das riecht mich voll auf. Du hast schon eine Ente. Ja, ich weiß. Ich hätte aber auch gerne einen Taco. Ich hätte gerne irgendwas. Oh, Mann. GG. Es tut mir leid. Das war es mit dem heutigen Abenteuer im Aufzug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video. Würde ich mich sehr, sehr freuen für den Support. Schreibt eure Meinung zur Episode in die Kommentare. Ihr könnt auch kostenlos ein Abo da lassen, ne? Drei Aufgaben. Ich weiß, das ist ein bisschen viel. Aber dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss.